Uns geht es gut. Wir haben schon einige harte Tage hinter uns und ich glaube der Trainer hat wieder viel Spaß mit uns zu arbeiten. Dementsprechend lässt er das auch alles ziemlich in die Länge gehen manchmal, aber wir wissen ja, was wir für schwere Aufgaben vor uns haben und wir wollen unbedingt diese Qualifikation am Wochenende schaffen. Es ist alles möglich. Wir sind in Bestformationen hier. Natürlich haben wir den großen Nachteil, dass wir nicht eingespielt sind, z.B. so wie Schweden oder auch Slowenien. Da im Januar einige nicht dabei sein konnten und das hilft uns sicherlich nicht, aber wir wissen, dass wir umso intensiver arbeiten müssen und es ist die beste Formation, die Deutschland stellen kann. Von daher dürfen wir viel erwarten. Ich will unbedingt zu den Olympischen Spielen, weil es für mich mit Sicherheit die letzte Chance ist, als aktiver da hinzufahren und ich war schon mal dort, durfte schon mal dort sein und ich habe immer noch den Traum, dort vielleicht was mitzunehmen und da die Zeit knapp wird, muss es dieses Jahr sein.